Nach einem entspannten Vormittag im Hause Elberfeld wird es wieder Zeit fürs heimische Territorium in Rotter Kornow. Mit seinem Homie JFK und einem dicken Jole chillt er sich erstmal in dem Wintergarten und beobachtet aufmerksam das Wetter. Boah alter, krass. Echt geiles Wetterhäuse. Ja, nicht sonniger Tag, aber boah scheiße siehst du da oben die Flugzeuge. Lass mich verraten, Alter. Meinst du die Streifen? Naja... Ich hab da auch... Bei Youtube hab ich schon gesehen, Captrades oder was? Naja, hab ich auch gesehen. Ganz miesig. Voll die vielen Gefahrenstoffe so für uns, ey. Du pustest uns der Gift in die Atmosphäre, oder was? Aber die sagen nix, was bei ZDF einbricht, oder was? Naja, aber da war's was. Ein bisschen Farben so funktioniert das nicht. Was hast du mit ZDF getan? Freier werden... Boah, boah, scheiße. Du brauchst auf Flüchtolk. Einmal bereitst du sie nicht mehr zum Fliegen. Du brauchst sie nicht mehr zum Fliegen. Nein, nicht mehr an den deutschen Wüten. Du bist das der Fernseher den Fehler. Für wen trägst du eigentlich diese schweren Steine durch die Gegend? Für Gott? Ist es das? Gott? Dann pass mal gut auf! Ich geb dir jetzt mal ein paar Insider-Informationen über Gott! Das war's. Das war's. Ich hab's gegnt. Für Gott ist alles gut. Ich hab's gegnt... Ich hab's gegnt. Ich hab's gegnt. Und dann fahre ich mich jetzt. Pechal, immer gut. Und dann war's. Alles. Es muss das fern kann. Ich hab's gegnt. Und dann kommen die Abstand! ich hab's gegnt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020